Szena 1, Take 14 Was meint ihr? Yes Sir! Not bad, oder? Bis jetzt gibt es mal einen Schraub. Das sind die Lichter. Du musst es noch nicht mehr. Also ja, du musst es erst mal aufstellen. Du hast deine zwei schon gebraucht, oder? Ja, das sind zwei. Ja. Der Große ist da hinten. Komm mit den Händen an. Sehr schön. Steht drauf da? Gut. Nein, das ist schliesslich. Das ist zu mir. Das ist sie. Nein, das ist sie. Nein, das ist sie. Nein, das ist sie. Das haben wir alles gemacht. Das müssen wir noch machen. Ja. Es gibt ja zu Nacht, Robert. Ah, es gibt es dann ganz nachts? Ja, es gibt es vorher zu nachts. Bevor wir... Tut es weh? Ja. Besonders dieser Fuss hier. Das sind unglaubliche Schmerzen. Au! Geil. Sogar noch dreckige, die wir lösen. Böse Geschichten. Eigenartig ist, wie das Gehirn darauf reagiert. Als sie den Rest so gemacht hat, und dann noch so einen Schwamm genommen hat, hatte ich einen Gedanken und Schmerz. Voll krass. Das glaube ich. Von der Optik siehst du gerade... Siehst du gerade, wie... Ist eigentlich Mehl... Wie die Tunsalter. Weil man es dir gewohnt ist, oder? Ja. Ja. Aber schön mal drauf. Ja. 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 In wenigen Minuten werde ich hier in dieses wunderbare, warme, sommerliche Wasser feilen. Ich freue mich schon sehr drauf, wie auch Weihnachten. Temperatur, genau. Alles Beste. Ich hoffe, man sagt sie auch. Eine Stunde hat geschlagen. How do you do it? How do you line the movement? Applaus, bitte. Hello. Wow. Wow. Okay. Oh. 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 Oh, gott again! Oh, gott again! Kamera! Sie läuft! Oh, it hurts! Okay! Ah, it's dead! It's out! Ah, it has a lamp! Hallo! Sehr schön! Oh, fuck! Nice! Pause it! Pause it! Oh, come on! Ah, ja, ja, ja... Ah, ja, ja. I've got to see it! There you go, whoa! Oh, whoa, 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 whoa! You never went there! I was back to here! Gute Glück! Du siehst ja hin, Gäffre. Staubergas! Das ist ein ungenäuer Follofokus. Ja, das wäre super. Echt? Eines Mal, ja. Bist du das spadieren? Nein, aber du hast gerade gewusst. Das ist ein Kollege. Ich bin doch gar nicht davon. Telefon! So geil. Jetzt müssen wir. Schnapp-Schlap-Buck-Tich ist auch noch gelacht. Für jetzt gehen wir das raus. Ja, ist gut. Gibt es? Ja, das ist die meisten. Vor langem Zeit, als ich fertig war, ich bin eigentlich sehr passiv. Ich mache gar nichts, aber... Ja, jetzt mit Projekten hier machst du nicht. Und Äxten. So ist er abgebrochen. Ja. So ist er abgebrochen. Fehlab. Boah. So. So. Vielen Dank.